Ich bitte die Gruppe Paul Burmann mit der AGB-Band auf die Bühne zu kommen. Er hat ein Lied geschrieben, Paul, und das beginnt folgendermaßen, das ist der Anschluss zu dem, in einer Zeit der Ungerechtigkeit, in einer Zeit, wo Lüge plötzlich als Wahrheit gilt und man unbeschwertes Lächeln selten sieht, weil jede Nachricht der Medien den Magen umdreht. Ich glaube, von dem haben wir jetzt gerade was gehört, aber das Lied ist dann noch nicht zu Ende, gell? Du singst nachher und das ist, denke ich, das von der AZZ, aber wir haben eine Antriebskraft und zwar, weil wir zur Wahrheit stehen. Wir haben eine Antriebskraft, weil wir das Bessere wollen. Das ist die Antriebskraft, die uns auch möglich macht, eben wenn es dir den Magen umdreht. Ich denke, das ist ein Schritt, die AZZ und du sagst, in uns drin, auch wenn es in dem Magen umdreht, wenn es eben Lüge alles ist, in uns drin ist eine Antriebskraft, die ist stärker und zwar diese Antriebskraft ist da, weil wir die Wahrheit wollen, weil wir das Licht wollen, weil wir das Bessere wollen. Das kann nicht unterdrückt sein. Und zudem, Paul, hast du das Lied geschrieben, hier die AGB-Band dazu, Antigenozidbewegung, eine andere Richtung, die aber auch wieder dasselbe im Sinn hat, aufzudecken, was an Genozid am Kommen ist. Ich würde sagen, Bühne frei für euer Lied. Wir haben Antriebskraft, weil wir was Besseres sehen. Danke. In einer Zeit der Ungerechtigkeit, in einer Zeit, wo Lüge plötzlich als Wahrheit gilt und man unbeschwertes Lächeln selten sieht, weil jede Nachricht der Medien den Magen umdreht. Welche Zukunft steht vor, denn alle Flüge gebrochen, zerstört jede Hoffnung nach was Besserem. Wir haben Antriebskraft, weil wir was Besseres sehen. Antriebskraft, weil wir zur Wahrheit stehen. Wir haben Antriebskraft, weil wir das Bessere wollen. Antriebskraft, auch wenn wir schweigen sollen. Wir decken auf, bringen als Licht, öffnen als Ohren, zensieren nicht. Hell ist die Zukunft, hell das Licht. Es vertreibt Fenster, es entlarvt jeden Wicht. Es gesagt, es ist fort, was Wahrheit ist. Bisschen flohen, jede Lüge und jede List. Antriebskraft. Auf, 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 auf. Gerechtigkeit ist eine Tür gesetzt. Wie der Stein, wie der Stein, von oben nach unten fällt, durch die Schwerkraft. Wenn die Sonne aufgeht, weicht die Nacht. Wie kann Finsternis bestehen, wenn ein helles Licht erstrahlt? Auch wenn's nur ein Spalt in der Tür ist. Wir halten Fuß rein, lassen Licht rein, gemeinsam leuchten wir auf. Wir haben Antriebskraft, weil wir was Besseres sehen. Antriebskraft, weil wir zur Wahrheit stehen. Wir haben Antriebskraft, weil wir das Bessere wollen. Antriebskraft, auch wenn wir schweigen sollen. Wir wecken auf, bringen ans Licht, öffnen das Wort und zensieren nicht. Hell ist die Zukunft, hell das Licht. Es vertreibt Fensternis, entlarvt jeden Wicht. Es gesagt, es ist fort, was Wahrheit ist. Bisschen flohen, jede Lüge und jede List. Antriebskraft, Antriebskraft. Oh, 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 oh. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch ermutigt. Wir haben Antriebskraft, weil wir was Bessere sehen.